Das ist absolut richtig. Er mit seinen verfickten Assortierern. Es geht mir auf den Sack. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich auf eine Straße muss. Ach klar, du musst den Aussortierer, weil ich dann genau deinen Arsch erwischt. Wow. Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. An diesem wunderschönen Mittwoch spielen wir mit Ares und ein paar Bekloppten den nächsten Sprung. Ich freue mich drauf. Hallöchen. Na knack, ladies and gentlemen. Es ist schon wieder Mittwoch. Ich habe keine Lust. Habt ihr nicht genügend andere Idiot-Zuschauer hier? Genau, ihr habt es euch gewünscht. In einem Livestream von Anime-Fan hattet ihr die Wahl abzustimmen. Oh, scheiße. Geht schon mal. Ich habe nicht extra gemütet, weil das das Sprung-Map ist. Weil es kam gerade ein Abo rein. Ha, schi, schi. Ich kenne diese Auffahrt hier. Wie ist böse, die Auffahrt? Jetzt müssen wir mal gucken, wie man hier reinkommt. Ich kenne diese Map hier. Das kann nicht sein. Die hatten wir nämlich noch nicht. Nein. Vielleicht noch nicht in der Aufnahme. Aber... Wow. Böse Scheren. Böse Scheren. Oh. Der hat ungleiche Scheren. Ah. Der hat Scheren gebaut, die man nicht einschätzen kann. Oh, mein Herr, ist das Böse. Nummer 1. Ha. Nein, zieh auf. Könnte mal jemand in den Chat schreiben? Ich sage nein. Nein. Das ist Böse, meine Herren. Die Aussortierer kann man nicht einschätzen, meiner Meinung nach. Nein. War es ein Gänchen mal unter mir? Ja, es war es ein Gänchen. Ich muss sowieso noch mal raustaben. Gigi, Alter. So. Wenn du schnell aufhörst, kannst du dir den Shop-Scheren gut ausweichen, meiner Meinung nach. Das Problem ist, ich habe noch keinen Weg durch Scheren gefunden. Das finde ich, kann man schon abteilen. So. Ja, normalerweise baut er die, dass du die ganz schön abteilen kannst, aber die sind böse. Die sind echt böse. Er hat zwei in eine Richtung und einen in die Gegend gesetzt. Nein. Alter, das wird dauern. Andrus sagt nein. Stimmt. Andrus sagt nein. Computer sagt nein. Andrus sagt, ich habe den erst Punkt. Nein, noch nicht. Auch wenn ich tatsächlich nicht allzu weit werfen weg war. Ah, Junge, das ist aber böse. Ich komme nicht da rein, bis jetzt in diese Aussortierer. Ich bin an denen wieder vorbei. Aber da stand... Im Vorspiel. Ha! Im Vorspiel? Mhm. Ah! Aris, mach Vorspiel mit den Aussortierern. Aris, bekomme ich Energy von dir. Da musst du vorbeikommen. Nein! Auf der Gamescom. Ich schaue auf der Gamescom vorbei. Ja, moin. Äh, du verteilst dann wieder den Energy, den du vorher bei den Losers geklaut hast. Wahrscheinlich. So sieht es aus. Niklas, ich grüße dich, freut mich, dass du da bist. So, ausnahmsweise mal auf den Chat geachtet. Und das kannst du übrigens komplett ausblenden. Nummer 1. Nein! Nein! Hör auf zu singen. Du hattest es schon wieder. Er wollte. Aber er hat nicht. Hm. Danke, ihr Lieben. Wow! Nummer 1. Ah! Ich schrei einfach... Ich schrei einfach den Aussortierer an. Dass er Angst kriegt. Ah, fick dich! Ah! Aber... Ach, zu tief. Ich hasse diese Aussortierer. Die Frage, das kann man auch andersrum fahren. Ist das andersrum vielleicht einfacher? Weiß ich nicht. Nein, kann man nicht. Könnt mir vorstellen, dass es spiegelverkehrt ist. Ah, leck mich doch! Probier's! Ich mach dir Endres, bitteschön. Nein, ich hab Zuschauer. Beim Lecken? Nein! Was? Gerne für mich machen! Achso. Dich lecken! Ihn lecken! Ihn lecken! Was? Achso! Ist richtig, Aris! Nein! Hab ich das vergessen? Rettet dich! Rettet dich! Marshall ist jetzt schon... Ah, LOL! Am verzweifeln? Interessant. Kamera! Keine Sorge, ihr Lieben. Hier wird Anime-Fan nicht singen. Aufs Bronk geht's wieder regeln. Halt die Fasse, Andres! Wir müssen gleich den Live-Mod ausschalten momentan. Ich muss hier mal diesen verfickten Aussortierern. Oh, wow! Der allerletzte hat mich schon aussortiert gerade. Vor allen Dingen, dass da in der Mitte noch kommen. Zwei Sommerkinder auf gleicher Höhe, Aris. Ja, ich weiß, da war ich schon. Da hab ich mehrfach verkackt. Die hab ich für's 2 grad geschafft. Ja, geil. Nur leider hat mich der Zwieger fürchter Aussortierer, der zerstört. Oh, GG, Alter. Ah! So, klappt. Nein, der Sommerkinder verkackt. Verdammt. Oh, fuck you. Nein. AD, stoppst! Verpiss dich, ey. Also, ich glaub, hier hab ich kein Problem. Ich find eher, wie gesagt, die Aussortierer. Die find ich böse. Nein. Weil 2 und 1. Bitte! Belastend. Hallo! Nein, ich komm rein, ich hoch. Ja, sah beautiful aus, mein Freund. Ja, ich hab mich leider entschieden. Ich hätte ja nach unten fahren sollen, dann wär ich durchgekommen. Aber... Alter, das ist so haarischel wieder, Leute. Zum selber zacken findet ihr die Map selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Nack, nack. Was ist das? Ja, das ist das, was die Leute mal so ungern lesen. Wäre ja mit Arbeit verbunden. Naja, echt mal. Ja, gut. Und entsprechende Fähigkeit. So sieht's aus. Sommerkind 1 geschafft. Das Schlimme ist, auf diesen Kreisfahren ist auch noch ein Stoppschild drauf. Also, das will ich auch... Ja, ja. Was meinst du denn, was für ein Stoppschild ich eben meinte? Die haben am Anfang, die sind mir relativ lax. So, jetzt kommt der dritte Aussortierer und der vierte Aussortierer. Meine, die haben mich eben zerstört. Nein, ich komm wieder der dritte. Warum hat er da einen Doppelten eingebaut? Ist ja nicht schon so schwer genug, diese scheiß... Nein! Oh, das hab ich zu spät gesehen. Irgendwann später. Nein, oh, war das dämlich. Wow. Nein. Ich rass dich heute noch aus, Alter. Ernsthaft. Und? Nein. Oh, oh, oh. So, jetzt... Oh ja, nochmal drauf. Oh, oh, oh. Aussortierer ausgetrickst. Und verkackt, oder? Oh, 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 oh. Hier lang. Komm, 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 komm. Oh, oh, oh. Verschen. Ram, behorben, ran, bleibt dran. Tschüss. Oh, oh. Spirale. Was kommt? Wallright. oh mein gott der punkt der nächste punkt halleluja da hat sich mir gerade alles zusammengefaltet was will er jetzt hier soll ich da rein oder was ja das wird du weißt doch wie man quer kämpfen fahren muss normalerweise ja lass mich doch selber erst mal gucken weil dieses ja ist absolut richtig ist absolut richtig ist absolut richtig muss das so ok ja moin ist doch nicht sein fucking ernst oh fahr 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 junge oh da ist er gut haben wir ja ist richtig das war zum glück überhaupt nicht auch ok ist absolut richtig er mit seinem verfickten assortieren es geht mir auf den sack ich bin jetzt an der stelle wo ich auf straße muss aber genau unten drunter richtig random alter was was ja was ist sein das funktionieren na aber hallo das ist bei dem alien wo ich die ganze zeit immer rumgehangen habe ist richtig diese aufhalt ist doch unnormal hier ja genau und jetzt geile nach oben ob es über mir auch gleich doch respekt beim zeit muss rückwärts reinfahren weil der dich vorwärtshaut übrigens ja wow gg alter ist absolut richtig das kriege ich nicht durch ich kann das nicht so steuern digga ach uhr lauf aber ich bin ja beim ersten genau so habe ich es auch gemacht tatsache weil wenn du durchfährst du holst den einen ein das ist unmöglich stand meiner meinung nach ja wie soll das funktionieren hier klubst mich an komm nice ja aber das muss sagen das rückwärts einfach als das erste weil ich einmal rückwärts um drin war habe ich sofort geschafft für das zwei weil da musst du nicht so weit fahren da ist so ein fenster wo du durchfahren musst musst du nach oben ja 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 aber ich muss erst mal rückwärts auch reinlenken auf war ja und das ja und da musst du erst mal das timing auf die kette kriegen ja das ist böse was das hart assi ich sag ja bei dem element habe ich jetzt auch wieder eine gute das hat mindestens 20 minuten verbracht aber wenn das element schaffst dann holst du ne welcher ist meine ich mit dem element drin die habe ich gerade überholt klubst mich an komm auf jetzt hat sich die karre wieder hingestellt das kann knicken oh junge das ist so böse ja solche moment haben wir erst mal lernen das funktioniert wow gut rückwärts drehen oh leute wenn ihr es habt verpisst euch doch mal von den punkten alter und da fragt ihr euch immer warum wir mit euch nicht wach aufnehmen wollen ja ist so weil das ganz ehrlich es irritiert weil sonst machen wir die aufnahme noch mal als privat ist mir scheißegal tut mir dann leid um dich aber nö oder du fährst das ding zu ende und ich nehme das ding separat auf oder bringen mit ich mache was anderes da habe ich überhaupt keinen bock drauf wollen es nervt ehrlich ja weil die langweilern wenn ihr langweilern drückt einfach alte 4 und geht raus bitte oh alter 2000 jahre später bei der ja zerberstet sich bei mir echt alles nein 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 ja 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 okay was warte 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 okay hier ist ein offenes element ja wie gesagt mit der michael typ sein und dann muss drei etwa von der sauerwollreite 1 2 3 alles da haben wir auf feine leck mir meine haarige rosette ernsthaft richtig schön sauber was ist das jetzt hier wieder für eine ficklauchscheiße ja okay cool wir meine haarige kümmer ach stimmt das ist das was ich meinte da musst du die quer kippen die scheiß fallen aber nach oben so gesehen die winkel und ein tipp du musst für den speed mitnehmen ja das ist mir schon aufgefallen winch war pisse dich hier ehrlich winch ist doch komplett offline kann nur linch sein winch ja oder linch ja ist mir egal ich habe seinen winch hatte jetzt gerade offline gegangen oh 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 wow alter ist das ding schief gefaut nein oh ich hasse stopp schilder alter das schiefe schick von ahahahahaha arschloch alter klar wie viele adwords hatten der hier hingeballert der sack das sind nur zwei ernsthaft aris ernsthaft aris wirklich wirklich jetzt alter und loser deco hdn ins weder der muss beide sein weil den hab ich immer überholt an der stelle der ist regulär da ok alter ich hab aber auch probleme mich halt nicht im scheiß maul rein zu halten ey ey also die map ist richtig käse und richtig hardcore teilweise ich hab nichts gegen schwierige maps ich habe was gegen maps die scheiße sind und die gehört eindeutig dazu oh ich hab fast ein endlos gemacht zu früh verbarmen zu früh ach ach komm jetzt auf all 4 sprühen wenn ich da bin schüttler du bist so arse ist morgen und vor allem wir wissen ja es kommen eigentlich schöner bauen kam wir haben schon viele schöner ja das hier ist gewollt und ich gekonnt alter so jetzt konzentrieren aris alter wie viele scheiß edwards hatten der da drin ey ich hab es sind nur zwei edwards nein das sind mehr ich bin hier bei nem scheiß riesigen wallride wo dann unten die ganzen edwards dann reinragen und da hab ich den weg noch gar nicht gefunden ach so die da hab ich ganz langsam durchgefahren relativ lang und da hab ich am ende Gas geben das hat mich genau noch hochgetragen aha dann sag das doch ich hab überdacht du bist schon eine Band weiter ich war gerade nein natürlich nicht ich seh nix kamera allein diese auffahrt diese auffahrt ist schon müll ja vor allem wenn du oben zwischen 40 und 50 jahre sind und ihr programm hauptsächlich aus witzen über ihre frau besteht hören sie auf damit es ist nicht lustig vielen dank ich hab die idee vielleicht klappt das halte ich zwar für eine these aber na gut ausprobieren wenn diese auffahrt nicht so asozial wichse wäre alter ohne scheiß bye 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 monetisierung aber das ist mir gerade so egal ernsthaft und wenn ich hier fünf jahre dran schleiden muss oh verkack ich auch für den scheißer aus dem 2 aha ego sicht reaktiert ich bin eiskalt jetzt mit ego sicht lol lol nicht überdrehen nein 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 ich seh nix ich seh nix oh fein ihr lieben nein alter in ego sicht leck mich am arsch oh da kommt selbst wieder der nächste scheiß auf als ich gefunden habe lol in ego sicht ja nee ist klar ich seh nix 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 oh wow die querkippen scheiße ja moin das hab ich angewähnt als musst du genau in den winkel fahren wie du normalerweise hoch fährst aha und vollspeed du brauchst den ganzen wieder alter na klar ja man sieht's auch so super es wird nicht besser uuuhu war der knapp wow boah der knapp welcher winkel ist denn das den ich immer fahre das ist glaube ich der hier ja das wäre er ok das wäre er ne close enough ist nicht kamera ey die kamera in rockstar ne fick dich ja lass mich auch wenn du auf rock drehst da war es fies und vor allem bei diesem element nein so meine lieben ich verabschiede mich dann auch mal wünsche euch noch einen schönen Abend danke diamond dass du da warst lass dich nicht ärgern und wir hören voneinander du musst dich schon mal melden diamond ich muss schon mal level scare mit dir spielen alter ist das böse ha ho 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 ey m ich kann nicht mehr alter ich kann nicht mehr ich auch nicht ich will diese map aber auch auf teufel kommend raus jetzt nicht abbrechen ne nein kennt das wann jetzt aber möchte ich auch beenden es sind nur noch zwei punkte digger Aber die Egosicht hilft mir jetzt auch nicht gerade weiter Und das ist noch viel belastender Ich hab so keinen Bock mehr Nein, schon wieder nicht Wo ist der Punkt? Wir sind auf der Plattform Schon wieder nicht Ich bin für close enough Um noch irgendwas schönes zu spielen Nein, schon wieder nicht Knapp Am Arsch, Spong Du kannst mal richtig schön Scheißen Cool Zu viel Speed verloren, oder? Du Junge Nein Nein Scheiße, Alter Minimap Regel Erstmal die Map vergrößern Das müsste grob die Richtung sein Ganz grob Nein, ich hasse dich Topsteine Ich hasse dich Topsteine richtig allmählich Ich hab überhaupt keinen Bock mehr auf diese Querkipen Man sieht es nicht Es war's einfach nicht Montag Aber ja, ist der Klo Ich hab ihn Nice Dann komm in der Hölle So, was haben wir jetzt hier für eine Scheiße Allein die Auffahrt finde ich sowas von Krebs hier Die sortiert mich leider in 29 von 30 Fällen aus What? Ja Punkt Landung Erstmal wieder die Kameraeinstellungen korrigieren Kamera Äh Hoch Danke Ey Am Arsch Also ganz ehrlich Wenn die nächste Map von Spong auch so ist Nein So, wie kamst du da jetzt drauf? Oh, ich kotze gleich Äh Ich liga Aris Ach so machst du das Alles klar So, das ist halt die einzige Wirklichkeit Du musst rechts fahren und nach oben abspringen Ja Alles klar Ich raste heute noch aus Ich raste heute noch aus Mir ist das ekelhaft Du kommst in einem von 30 Fällen da drauf Und du wirst gleich die Sprünge sehen Oh, fuck you, Spong Ernsthaft Ernsthaft Ja, und ich war schon Drei Mal, glaube ich, mittlerweile beim letzten Aris Kann man mit der Kamera ranzoomen während der Fahrt Ja, kann man Auf V Ja Oder auf Slack, wenn ihr Controller spielt Oh, Alter Nein, schon wieder ein Tick zu spät hochgezogen Das ist auch nur ein ganz kleiner Winkel, der dich immer auf die Wallride bringt Wie viel Prozent hat die? Ich glaube, sechs waren es Ja, sechs Also richtig wenig Aber Aris Ein Prozent mehr als die letzte Ja Warum kommt mir die hier aber um zehn Jahre Schwerer vor, ja Ja Alter Das ist böse Also die ist ja Nein, schon wieder zu hoch abgesprochen Oh, ich hasse die Stoppstelle allmählich Boah Wie oft kommt der Scheiß? Vier Mal Ah, ja, ich sehe es gerade Wer es sehen kann, ist klar Im Vorteil, ehrlich ist der Gentleman Wer es sehen kann Ist klar Und wenn du es so siehst Das ist quasi vier Mal ein bewegender Container Ja Job Unverhältnismäßig Sorry, aber ist so Ja, ich habe es ja eben schon gesagt Diese Stelle ist auch wieder sowas von unverhältnismäßig Die Map ist so richtig scheiße Und schon wieder der dritte Ich kriege den dritten nicht hin Weil der bewegt sich immer in dem Moment, wenn ich da hinkomme Hm Wenn die still sind Kann ich sich ja wenigstens drauf einstellen, aber Diese Bewegung ist so ekelhaft Alter Ich brauche gleich auf Entspannung eine Mitjahre mit, ne Herzhaft Das hier Ja, ernsthaft Dieser Moment Ja Bitte, ja Drehung verkackt, Alter Drehung verkackt Das Element geht mir so auf die Eier Das ist ab heute das Ende des Element Oh, viel zu bei links, Digger Einen Tick zu bei links und schon Wasser und dann bist du weg Vor allem, wenn man das Video sieht Bei Sprung denkt man ja, das ist Pipi-Kram, was wir hier machen Wir hängen jetzt wieder, sage und schreibe, fast zwei Stunden dran Ihr habt, ich hab extra mein Steam-Overlay ausgemacht, damit ihr die Zeit seht In der Aufnahme Oh, fuck you Alter Nein, in dem Moment kommst du dieses Stop-Shop-Shop Darum, darum Nein, grüß, du bist so gemein Ja, das wissen wir Ihr könnt euch überein, Sicherheit, Freunde, ich werde niemals das Ende des Element verbauen Nein, ich auch nicht Ja, sie ist random Das ist doch completely random Oh nein, das hat euch viel zu bei links Alleine hier drauf kommen, ist ja schon die Kunst Nur ich hab ja eins von dreißig Okay, jetzt hab ich's Fick dich, Spong Fuck you Fuck you Fuck you Ey Nein Ich brauch ein Fuck you, Spong, Einspieler Ja, danke dafür, Zuckerblume kann ich nicht machen Ich beleidige doch nicht die Frau Wahnsinnig, oder was? Am Arsch Mann Klar Oh Boah, die Auffahrt ist echt schlimm für mich, meine Herren Die Auffahrt ist mit Abstand Die behinderte Auffahrt Sehe ich so eine Auffahrt Im Letztest Gebe ich aus Prinzip nur einen Punkt Ich kann sagen, 0 kannst du ja nicht geben 0 kann ich nicht geben Nö Ich leg mal das Ende rüber, keinen Bock mehr So, okay, einen Moment Äh, Aufnahme wieder starten Fick dich, Spong Fick dich Äh, warte, ich hab schon mal Äh, damit hier überschreifend sind Rein So, meine Freunde Wir fahren jetzt alle gemütlich ins Ziel Und bevor wir ins Ziel fahren Bedanke ich mich bei Heiko Borg Ali Darici Peter Sepp Laura 1, 2, 3, 4 Nicklas, Nicklas Und Winschen Bachstein für eure Abos Vielen Dank, meine Freunde Willkommen im O-Tag-Club Ich konnte ja nicht so viel Stream machen Ich muss ja auch ein bisschen schauen, Freunde Trotzdem schaut gerne bei meinem Entchen vorbei Oder beim Anime-Fan Oder beim Anime-Fan Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag Und sage bis zum nächsten Mal Euer Anime-Fan Ciao, ciao 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 Ciao